Hallo, mein Name ist Jason, ich hoffe du kannst durch die Beat nicht klar Das ist Chucky Beat Production Das ist Jason und man wird so zum Mitschreiben für dich Denn du hast ja nicht geblickt, dass es ein Badezimmer ist Im Kinderzimmer drehen, ja das kenn ich irgendwoher Nur bei dir trifft das, desto mehr Du meinst, dass das Videomaterial nicht von ihm selbst ist? Nee echt, Alter, was für ne Erkenntnis Dann wachst du unbekannt noch, wer das 16. geschafft hat Schon dann, weil du das im 16. geschafft hast Und komm mal bitte auf die Tatsache, klar Dass unbekannt einmal in sein Badezimmer gedreht hat Und laut dir muss man für ein sauberes Zimmer Geld in die Hand nehmen Wie wär es dagegen, einfach einen Besen anzulegen? Und während ein anderer den anderen Punch dreht Da ist Jason von den Gap-Problemen seines Gegners und der ist für relevant Und ausdem ich jetzt die 16 Bars gebracht hab Erzähl doch mal, wie ich das 8. geschafft hab